Ich nicht. Scheiße. Ist egal. Ich zieh den aus dem anderen raus. Ich zieh den aus dem anderen Track hier raus von einem. Ich weiß schon, wo ich das herkriege. Snizer. Snizer. Hier auch. Ich mag so ausgut. Kein Trittschall auf den Boden, Alter. Was sind das denn hier für Broke-Maßnahmen, ey? Nur nicht mal Geld für eine Bodenisolierung hier, ey. Mann, ey. Und das als Highspeed-Rapper hier, ey. Ne, ne, ne. Was sind das für Bedingungen, Alter? Wie Harlem Bronze hier. Ne, ne. Das war gar nicht Gangster hier. Alter, diese Ausländer, ey. Mann, mach dir Geld mit Rap. Ich geh aus dem Haus und danach ist die Hälfte weg. Ey, doch ich helf mir jetzt. Ich weiß nur noch nicht wie. Frag mal deine Magen, was mir so ein Hurenjob verdient. Denn später werd ich noch so ein Rehauf im Start geschickt. Dann werd ich doch fast immer in den Arsch gefickt. Ich konnte ohne Russen-Mafia-Tausender kriegen. Doch die würden sich nicht scheuen, mich über den Haufen zu schießen. Ich verkauf eine Niere. Doch ich bin zu kaputt dafür. Ich will nur einmal Urlaub an der Kutasir. Ich sollte Abi machen und zu Ende studieren. Doch bis das Geld einmal reicht, könnte ich Rente kassieren. Und du glaubst nur an die Liebe. Denn Geld ist ein Hurensohn. Geld ist nicht wichtig. Fick dich, du Hurensohn. Glaub nur an die Liebe. Wenn du Spaß auf der Straße sitzt. Du hast kein Plan von nix, weil du ein Versager bist. Nein, 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 nein. Ich brauche Geld und zwar schnell gibst mir Cash. Wenn ich nix bekomm, muss ich's nehmen, muss ich's nehmen. Ich brauche Geld und zwar schnell gibst mir Cash. Wenn ich nix bekomm, muss ich... Ich brauche Geld und zwar schnell gibst mir Cash. Wenn ich nix bekomm, muss ich's nehmen, muss ich's nehmen. Ich brauche Geld und zwar schnell gibst mir Cash. Wenn ich nix bekomm, muss ich... Ich brauche Geld und zwar schnell gibst mir Cash. Wenn ich nix bekomm, muss ich's nehmen, muss ich's nehmen. Ich brauche Geld... So, B14. Muss ich oder muss ich nicht? Den habe ich. Schnauze mit Papierkorb drin. So, ich bin ja in der Südkirche, ich bin ja in der Südkirche. Ich kann ja mal die Maske ausziehen. Obwohl hier immer so viele Schilder sind, die hier Maske tragen. Ich weiß auch nicht, was die Pumpe wollen. Du sollst doch auch eine Maske tragen. Geht nicht, ne? Also, kann ich nichts machen. Ich habe ja auch kein Corona. Haben ja nur die anderen. Die Leute, die das kriegen. Und ich krieg das ja nicht. Ich bin ja unsterblich, ich bin ja ein Superheld. Deswegen, was wollt ihr mit dieser scheiß Corona? Schicke Corona. Schicke Corona. Schicke Corona. Schicke Corona.